Grüß Gott, mein Name ist Gerard Schneider, ich arbeite beim Open Frankfurt und heute ist mein Wohnzimmerkonzert. Ich bin traurig, wir können nicht zusammen sammeln auf der Bühne, aber vielleicht dieser Wohnzimmerkonzert kippt ein kleines Licht oder kleine Freude ins ihre Wohnzimmer. Wir fangen an mit Dichteliebe, drei Stücke von Dichteliebe, im wunderschönen Monatmal aus meinen Tränen sprießen und am berühmsten, ich gräule mich. Amen. Dankeschön. Musik 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 Aus meinen Tränen schliefste viel blühende Blumen hervor. Musik 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 gemacht. Und es ist jetzt mein Parade-Roll. Ich hatte vielmehr nach dem Vorher in der Höhe Verspiele gemacht und ich habe meine Debüse in Garsinger Verspiele, um da auch im Ende Verspiele diese Summer zu machen, aber war abgesagt. Aber hier ist die Arie des Prinzes von Rözelka, »Vidino Divna Przesladka«. Sie schläfisch krönig wstasne sieds, kterosem zangrät ne zashlezi. Sie schläfisch krönig sani, sestranichu išanani. A nebo stama jasem svidias, Wo siehst du noch so weit, siehst du noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du fang, mein Mann, mein Mann, Du fang, mein Mann, dein Sein Vater. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dankeschön, aber noch nicht.